Leben. Das Leben hält sich an keinen Plan. Kinder kommen, bevor wir heiraten. Und wir heiraten, bevor wir ein neues Zuhause gefunden haben. Das Zuhause finden wir vor dem passenden Auto. Nein, nicht das. Sondern das. Hören wir auf, Pläne zu machen. Der perfekte Moment fragt nicht, wann er vorbeikommen kann. Er kommt einfach. Das Leben wartet nicht. Das Leben wartet nicht.